Herkules rechts bedeutet meistens auch nicht so viel Gutes. Jupp. Auch kein, wir kriegen kein Crackscreen, also kein Bye-Guys bis jetzt. Ja, aber es kann ja noch kommen. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3! Jawohl, endlich mal wieder! Moin, moin, Leute! Mein Name ist Reefazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dokkan-Battle-Video und ich bin ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich eine Dokkan-Battle-Woche bei mir auf dem Kanal, denn wir haben den 150 Millionen Global Downloads Reached Event. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, das ist ein ziemlich cooles Ding und viele von uns sich schon gefreut haben und wie im Titel des Videos steht, in diesem Video geht es darum, dass ich 65 von den Tickets mit euch gemeinsam summonen möchte und zwar ausschließlich Multisummons, weil ich sonst nicht so viele Multisummons mache. Heißt, dieses Video wird ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und macht mit. Und vorab wollte ich euch kurz eine Übersicht geben, was heißt dieses Event? Das ist ein ziemlich cooles Event auch für Anfänger bzw. Neueinsteiger und ich bin ja jemand, der gerade jetzt so seit gut zwei Monaten wieder Dokkan-Battle aktiv spielt und ich habe vor eineinhalb Jahren mal reingeschaut, kam nicht wirklich rein, denn es ist ein bisschen komplizierter und dann habe ich gemerkt, okay, es macht doch Spaß und mache ja mittlerweile auch Videos dazu. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an den Juni, der mir immer wieder coole Kommentare da lässt, solltest du irgendwann mal global ausspielen, können wir gerne mal was zusammen machen. Aber kommen wir zu dem Event an sich, ganz kurz, nur bevor wir zu den Summons kommen. Dieses Event ist cool, weil es viele Sachen bietet. Zum einen könnt ihr mit diesen Tickets summonen, wie man die Tickets bekommen hätte, das könnt ihr nicht mehr bekommen, das erkläre ich, während ich summone. Aber was ist richtig cool, dieses Mysterious Ritual. Ihr könnt einmal für 50 Dragonstones 10 Elder Kites bekommen und die Elder Kites sind super wichtig. Warum? Ihr benötigt die Elder Kites, um die Superattacken von euren Charakteren hochzubekommen. 10 für 50 Steine ist eigentlich ein ziemlich guter Trade. Dann gibt es unglaublich viele Events drumherum, wie diesen Story Event, wo man halt Dokan bekommen kann, äh, Niagara Goan bekommen kann. Interessiert mich nicht so. Der Banner ist sehr cool, da gehen wir gleich drauf ein. Was aber noch viel cooler ist und das ist hier, könnt ihr unter, wenn ihr startet, in diesen Events dann einmal anschauen, ist, was es alles für Events nebenbei gibt. Also, der Banner wird bis zum 2. Mai aktiv sein. Und den kann man auch mit Steinen, nicht nur mit den Tickets nutzen. Dann gibt es, äh, verschiedene Enemies, die jetzt in Dokan Events auftauchen werden. Und das Coole ist, die Dokan Events kosten alle nur halb so viel Stamina. Heißt, ein Dokan Event, der sonst 50 Stamina kostet, könnt ihr jetzt für 25 machen, was sehr cool ist. Und deswegen könnt ihr relativ schnell die Dokan Awakening Medaillen sammeln, die ihr sonst benötigt, wenn ihr gute Teams habt. Ich persönlich zum Beispiel habe noch nicht gut genuge Teams, dass ich das machen könnte. Für die von euch, die noch nicht in den Lohen Rank sind, ist gerade auch für den ganzen Monat, bis zum 30. April, ein Triple Rank Event. Bedeutet, ihr bekommt dreifach Rank Erfahrung für jede Quest, die ihr macht. Das heißt, ihr solltet euch eine einfache Quest machen, die ihr gut schafft mit eurem Team und diese auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad machen. Dadurch werdet ihr sehr, sehr schnell ranken. Das habe ich damals, als es das letzte Mal war, ähm, ja, eine Woche lang gemacht. Und bin irgendwie von 50 auf 120. Aktuell bin ich 154. Und werde das jetzt auch immer wieder machen. Dazu mache ich wahrscheinlich nochmal ein Video, um irgendwie vielleicht sogar schon auf 200 zu kommen. Denn ich werde später noch mehr Rank brauchen, um die Teamkosten zu erhöhen, um somit richtig gute Teams zusammenbauen zu können. Dann ist die Training-Wahrscheinlichkeit, dass ihr so einen Big Success bekommt, erhöht. Also gedoppelt. Ihr könnt die Awakening Medals die ganze Zeit machen, was sehr cool. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass ihr mehr Geld bei Hercules bekommt und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt gerade unglaublich viel, was man machen kann. Ich werde versuchen, ein paar Summon-Videos mit euch zu machen. Und auch nebenbei, ähm, auch ein paar der Events, die ich schaffe. So, kommen wir nun zu den Summons. Und erst einmal, wie ihr seht, ich habe Broly gezogen. Und was mache ich? Ich habe es ja auch in einem anderen Video schon gesagt. Ich mache aktuell, dass ich morgens einmal ziehe und abends einmal ziehe, solange ich Steine habe. Und ich hatte wirklich das Glück, dass ich gestern Abend Broly gezogen habe. Und das war eins der Karten, die ich unbedingt haben wollte. Das war aber noch nicht in dem neuen Banner. Ist vielleicht nicht ganz so blöd gewesen, denn durch das neue Potential, äh, oder Hidden Potential System und den neuen Banner hat man doch sehr, sehr coole Sachen, die man bekommen kann. Und wir gehen direkt in die Summons rein. Denn deswegen sind wir hier. Und ich habe jetzt schon irgendwie fast 5 Minuten geschnackt oder 3 Minuten, wie ich sehe. Und, ja, den Mysterious Ritual Elder Kai werde ich definitiv machen. Ich habe 110 Steine. Ich habe mir einmal, ähm, für 40 Euro Steine gekauft, bin ich auch ganz ehrlich. Und die anderen hatte ich wieder erfarmt, dadurch, dass ich noch einige Quests nicht gemacht habe und auch jetzt wieder habe. Ihr seht, ich habe 65 Tickets, das heißt, ich kann insgesamt 13 Multisummons machen. Und die machen wir auch hier gemeinsam heute. Und sobald ich die Tickets verbraucht habe, kann ich ganz normal für Steine auch Summons machen. Und was sehr cool ist, die Multisummons geben euch dann auch Elder Kai's. Das heißt, ich werde dann auch im nächsten Video wahrscheinlich 2, 3 Multisummons mit euch gemeinsam machen, dann in diesem Banner. Ähm, dann ist auch der Dragon Ball Fusions Banner immer noch da. Ihr seht, ich habe keine Multisummons mehr gemacht. Der Goku Black Banner ist noch da. Ups, da hat sich gerade was bei mir vorgezogen. Ähm, in dem werde ich jetzt mal nicht mehr ziehen. Ich habe Goku Black tatsächlich nur einmal gezogen, reicht aber. Der, äh, reicht aber. Der Rising Dragon Carnival ist auch noch da. Nicht wirklich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Dragon Ball Fusions Banner. Und ich habe sogar hier noch die World Tournament Banner. Aber wir starten in den Doken Festival Banner. Und ich hoffe mal, dass es was richtig Geiles gibt. Und warum ist dieser Banner so gehypt von einem? Weil da drinnen einfach nur gute Karten sind. Und ich brauche sie alle. Das ist so, egal was ich, ja nicht ganz egal was ich ziehe. Es gibt ein paar, die ich ein bisschen mehr haben möchte. Aber wenn ich aus dem Banner was ziehe, aus diesen Banner Karten, wie sie so genannt werden, dann bin ich glücklich. Agility Vegito, God Lead. God Lead bedeutet, warum God Lead? God Lead nennt man aktuell auf Global. Auf JP ist es schon wieder anders. Aber auf Global nennt man diese God Leads, die euch plus Key geben, plus Leben, plus Angriff und plus Verteidigung. Und ihr seht, Vegito ist für Agility eben ein God Lead. Er gibt euch zwei Key, Pre-Awakening. Wenn ihr den awakent, wird das Ganze ein bisschen verbessern. Zum Beispiel ist es dann drei Key, was er gibt. Er gibt euch Leben, Angriff und Verteidigung plus 50. Und ich glaube im Awakening Zustand nochmal plus 70. Und den brauche ich. Ich brauche einen God Lead für mein Agility Team. Habe ich nicht, den hätte ich gerne. Dann haben wir den Tech God Lead. Das ist Gotenks, nicht Goten oder was auch immer. Ich weiß, ich habe mich da öfters versprochen. Das ist der Tech Lead, weil er gibt euch plus zwei Key. Leben, Angriff und Verteidigung plus 50 auf Tech Units. Dann haben wir Majin Bu Ultimate Goin oder Bu Goan oder Goan. Wie nennt man den? Ja, Bu Han. Bu Han nennt man den auch ganz gerne. Bu Han ist der Int God Lead aktuell mit plus zwei Key. Leben, Angriff und Verteidigung plus 50 für Int Teams. Was aber auch eine ziemlich coole Unit grundsätzlich ist für ein Villain Team. Also für ein Bösewicht Team. Weil er auch noch plus 10 Angriff gibt. Pro Key, egal welche Sphäre er einsammelt. Und auch noch Leben zurückgibt pro Sphäre. Zweite eineinhalbtausend. Den will ich unbedingt haben. Dann Broly habe ich schon. Nehme ich für das Dupe System, für das Hidden Potential. Dann Omega Shenlong habe ich auch schon. Wisst ihr ja, wart ihr mit dabei. Auch das nehme ich gerne für das Dupe System. Den Agility Goku. Ich persönlich muss den jetzt nicht unbedingt haben. Ich weiß, das ist eine gute Unit. Das ist ein Demi God, nennt man den, weil er eben den plus Key nicht gibt. Dafür aber plus 70 auf Angriff, Leben und Verteidigung. Würde ich auch nehmen. Tech Freezer würde ich auch nehmen. Guter Tanker. Also ihr seht, er bekommt minus 50% Schaden. Dann Gogeta. Beste Support Unit, die ich kenne. Gut für Rainbow Teams in meiner Sphäre. Und im Allgemeinen. Ich will die Karte haben, habe ich letztes Mal nicht bekommen. Janemba, auch ein guter Tanker. Das heißt, er kann gut Schaden einstecken. Nicht nur in Int-Teams. Dann haben wir den Goku. Den habe ich schon. Nehme ich trotzdem. Den Vegeta habe ich nicht. Nehme ich auch. Den Int Gohan habe ich nicht. Nehme ich auch. Beerus will ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Kid Buu habe ich schon. Strength Broly habe ich schon. Nehme ich trotzdem. Physik Freezer habe ich dreimal gezogen. Im letzten Banner. Aber nichtsdestotrotz würde ich den auch nehmen. Und den Tag Cell. Nuka. Nuka bedeutet, wie ihr seht, er bekommt plus 7 Verteidigung, plus 7 Angriff. Pro Key Sphäre, die er bekommt. Egal, ob es jetzt eine Tag Sphäre ist oder nicht. Und deswegen ist er ganz gut. Und das sind alle Karten in dem Banner. Und ihr seht, es gibt nur SSR Karten. Und die sind ziemlich cool. Also, jetzt habe ich aber genug geschnackt. Jetzt fangen wir mit den Multi Summons an. Und wir fangen mit dem ersten an. Und wenn ihr Bock, könnt ihr gerne mitmachen. Und dann erkläre ich euch, wie gab es diese Tickets. Die Tickets wurden so berechnet. Seit Anfang des Spiels. Seitdem ihr das erste Mal dieses Spiel gespielt habt. Bis zum, ich meine, das war vor einer Woche. Das genaue Datum steht aber dort auch. Das waren drei Pots. Das wird jetzt, glaube ich, nicht so dolle. Wir ziehen Rainbow. Wir gehen aber Super Szenen 1. Mal gucken. Sehen, ob Super Szenen 3 kommt. Ich habe Super Szenen 3 tatsächlich immer noch nicht wieder gesehen. Und wir bleiben Super Szenen 2. Also, nochmal zurück zu den Tickets. Seitdem ihr angefangen habt, das Spiel zu spielen, bis zu, ich glaube, vor einer Woche oder eineinhalb Wochen, wurde geschaut, wie viele Steine ihr ausgegeben habt. Ausgegeben bedeutet verbraucht. Das ist egal, ob ihr die Steine gekauft oder gewonnen habt. Und je pro 50 eingesetzte Steine gab es ein Ticket. So könnt ihr hochrechnen, wie viele Steine ich schon verbraucht habe. Und ich weiß, ich glaube, das ist der Living Ichigo. Der hat 1100 Tickets bekommen. Rechnet mal hoch, wie viele Steine er ausgegeben hat. Also, erster Pool des Multisummins. Wir haben einen Trunks Int, der gar nicht mal so schlecht ist. Denn das ist der, wenn ich mich nicht irre, der durch ein Dokkan-Event zu Gotenks weiterentwickelt werden kann. Dann haben wir... Yay! Das ist Pilaf. Den brauche ich nicht wirklich. Auch eine Rare-Karte. Okay, weiter. Wir haben Freezer, erste Form. Ich glaube, Barbershop wird sich richtig freuen. Ein Abonnent hatte mir schon drunter geschrieben, dass er vieles verkauft hat. Den habe ich sogar schon. Nee, den habe ich als Int-Charakter. Als SR. Das ist nur ein Rare. Das ist... Cooler, zweite Form. Ja, nee, Frost meine ich nicht cooler. Ja, auch nicht gut. Komm, irgendeine... Das war's? Ach, ein Multisumm, hier gibt es nur 5 Karten. Interessant. Ja, klar, pro Ticket 5. Ich könnte jetzt 1 entziehen oder Multisummen. Wir ziehen sie alle durch. Das heißt, ersten Multisummen haben wir hinter uns keinen SSR. Schade. Hätte besser anfangen können. Bei meinem Glück werde ich überhaupt keine bekommen. Wir haben 1, 2, 3 Pots. Wieder das gleiche über das selben. Also hoffen wir mal, dass da irgendwas Schönes kommt. Wir gehen Instant Super Saiyan. Das heißt, das Einzige, worauf wir jetzt hoffen können, ist Super Saiyan 3. Ja, die Animationen haben wir halt so ein bisschen was zu bedeuten. Wir gehen Super Saiyan 2 zumindest. Das heißt, SR ist zumindest dabei. Oder SR. Wir haben den Goku, der zu Super Saiyan God Goku weiterentwickelt werden kann. White Hot Face Off kenne ich schon. Habe ich schon. Wir haben einen Android. C20... Ne, doch. Das ist... C19 war der Decke. Das ist C20. Dr. Gero selbst. Oder Dr. Gero. Wir haben C17, weil es so schön ist. Ein Android hintereinander. Ich habe echt gerade kein Glück. Wir haben noch zwei. Das ist Vegeta. Den habe ich auch schon. Der ist auch nicht doll. SR. Und wir haben am Ende den Agility Goku. Zwei rein. Nichts dabei. Wup, 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 wup. Naja, wir haben noch genug. Ja, so dass es mein Capacity aus ist, weiß ich schon. Okay. Dritter Summon. Dritter Multisummon. Bei 5 ist es okay. Warum ich Multisummon es nicht so gerne mache, ist, dass gerade... Oh ja, gar keine Animation. Wobei ich bei gar keine Animation schon richtig gute Karten bekommen habe. Warum ich Multisummon es nicht so gerne mache, ist einfach nur, weil das Video dadurch deutlich kürzer wird. Und man viel schneller viele Steine investiert. Bei dem ist es natürlich ein bisschen was anderes. Also, wir können diesen sehr gerne zusammen machen. Das heißt, wir ziehen jetzt zurück. Gehen Instance Super Saiyan. Ich sage 3, 2, 1 und los. Immer gespannt, was wir gemeinsam ziehen. Schreibt es gerne unten rein, was ihr dann mitseht. Falls ihr mitmacht, wir gehen Super Saiyan 2 und bleiben natürlich dabei. Das wird doch alles nichts. Das ist Videl. Ich glaube, die kann nicht durch das Event gerade... Trans Awakening. Äh, also Dokken Awakening. Müsste ich mir genauer anschauen. Das ist Gohan Masenko. Sogar Airs dazwischen. Das ist Dodoria. Will auch keiner haben. Wieder ein Rare. Ja, für Street. What? What? Oh. Da kriege ich ein SSR. Oder ein SSR. Und es ist keiner aus dem Banner. Aber der ist nicht schlecht für das Freeza Event. Und der ist stärker. Das heißt, der passt mir auch richtig gut. Warum? Das werdet ihr in meinem Freeza Event Video sehen. Denn das Freeza Event ist mit einem guten Team nicht ganz so einfach. Der hat so ein paar kleine Tricks. Gefällt mir richtig gut. Aber Pinnacle of Rage, Super Saiyan Goku, den ersten SSR, haben wir gezogen. Und auch noch Stärke passt zu meinem aktuell besten Team. Das ist schon ziemlich cool. Und dann nehmen wir noch einen G's aus Space Australia. Wenn ihr Team Forster kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Okay. Wir sind drei Summons hin. Drei Multi-Summons. Ein SSR. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr... Also ich sage SSR, weil SSR die englische Aussprache davon ist. Ihr könnt gerne reinschreiben, ob ihr sagt SSR ist okay oder SSR. Ich hatte ein paar Kommentare, wo die Leute sich darüber beschwert haben, dass ich SSA sage. Ich sage aber nicht A, sondern R. Das ist halt das gerollte R. So, das waren zwei Bots. Und Super Saiyan 1 nur. Aber das heißt, dass tatsächlich keine Animation gut ist. Das finde ich interessant. Super Saiyan 2 und nichts. Das heißt, das hier wird nichts. Wir haben wieder eine Videl. Ich werde nach dem Video mal schauen, ob das tatsächlich die ist, die ich Doken Awakening kann. Weil dann werde ich sie ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben Piccolo. Ich finde es echt schade, dass es keine richtig gute Piccolo-Karte gibt. Weil ich ihn als Charakter sehr cool finde. Wobei, ihr könnt mir gerne schreiben. Vielleicht gibt es ein... Das ist Geneva. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe nicht gedrückt. Der Screen hat nicht gecrackt. Und ich habe eine Banner-Karte. Okay. Wir haben die erste richtig coole Karte. SSR Super Janemba. Eine sehr, sehr coole Karte, die ich unbedingt haben wollte. Die ich auch gerne nehme. Und dann kann auch ein Yamshu kommen. Interessiert mich kein Stück. Und wir machen noch den letzten. Das ist Boo. Und den habe ich auch schon richtig oft. Aber das macht nichts. Ich glaube, ich habe den noch nicht ganz auf Super-Attacke hoch. Den kann ich Doken Awakening später. Wenn dieses Boo-Event kommt. Was jetzt ja auch während des Doken-Events kommen sollte. Und dann wird es ein ziemlich cooler Boo. So, ja. Zwei haben wir schon. Sehr cool. Einen aus dem Banner. Fehlen nur noch viel zu viele. So, wir machen weiter. Und den letzten machen wir auch wieder gemeinsam, wenn ihr Bock habt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir alles rausholen können. Herkules rechts bedeutet meistens auch nicht so viel Gutes. Ja. Wir kriegen kein Crack-Screen. Also kein Bye-Guys bis jetzt. Aber es kann ja noch kommen. Super-Sane 1. Super-Sane 2. Super-Sane 3. Jawohl. Endlich mal wieder. Okay. Das muss eine gute Karte sein. Und ich will Vegeto haben. Das ist so die Karte, die ich super genial finde wegen seinem Konter. Wir haben Yamcho. Okay. Oder Yamcha. Wir haben Pan. Ich gehe nicht Super-Sane 3 für den SR. Wir haben Trunks. Das gibt es doch nicht. Wenn ich jetzt einen Super-Sane 3 gehabt habe und der bringt mir nicht eine richtig gute Karte. Na, da ist er. Jawohl. Geil. Ich habe zwei Karten. Zwei von denen, die ich unbedingt haben wollte. Und die sowieso. Die Karte ist einfach nur genial. Warum? Das ist für mich einer der geilsten Karten, die es gibt. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Jetzt freue ich mich richtig. Ich wollte meine Teams langsam Gestalt annehmen. Er hat eine Wahrscheinlichkeit, wenn er angegriffen wird, diesen Angriff zu kontern und eigentlich mit Super-Attackestärke zurückzuschlagen. Das heißt, wenn ihr den Typ als Verteidiger nehmt, kommt es oft vor, dass er die Charaktere einfach tötet, ohne sie überhaupt selber anzugreifen. Der hat super geile Links, wie Prepared for Battle und Fused Fighter. Und der passt einfach genial in meine Teams rein. Also, ich bin jetzt richtig glücklich. Und wir haben aber noch einige Multisummons zu machen. Also, weiter geht's. Ihr seht schon, der Banner, der hat Sinn sich. Ich glaube, die, ähm, die, wie nennt man das, die Wahrscheinlichkeiten sind auch gar nicht mal so schlecht. Aber, ist es egal. Herkules rechtzeitig gerade auch und ein Super-Sanien 3 trotzdem. Das heißt jetzt nicht, dass es nochmal kommt. Ich habe jetzt in den drei Multisummons jeweils einen SSR gezogen, was sehr, sehr gut ist. Also, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Dafür in der ersten zwei nichts. Guter Schnitt, drei gute SSRs bis jetzt. Wir haben Nappa SR. Ich finde das Artwork von der Karte ziemlich cool. Mit Riesensturm. Eine coole Attacke bei Xenobas 2 übrigens. Zabon, den keiner mal wieder haben will. Ich sage ja, Baba, die kriegt, die kriegt nur Futter. Und wir haben Trunks. Also, es gibt einen Trunks und einen Goten, den man halt, ähm, awakening kann. Und ich glaube, das ist immer die Karte, wo ihr im Hintergrund den anderen habt. Und von denen habe ich jetzt schon ein paar. Das heißt, ich kann die vorher auf Super-Attacke 10 bringen, bevor ich sie drucken awaken. Was sehr, sehr gut ist. Und wir haben Zabon. Und wir haben am Ende noch eine Pan. Pan habe ich auch schon unglaublich oft. Ich glaube, selbst die habe ich schon auf Super-Attacke 10. Die hatte ich mal, ähm, Z-Awakened, weil ich keinen guten Lead für ein Tag-Team hatte. Und sie zumindest als Plus-2-Key gibt. Ist aber eigentlich keine besonders gute Karte. GT-Links, wenn man GT-Karten sind, okay. Aber ich habe noch nicht mal irgendwelche Tag-Karten, die GT-Karten sind. Das sind vier Pots. Rainbow. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Rainbow bedeutet. Aber Super-Selien-Rainbow. Okay. Wir gehen in zwei. Und wir bleiben in zwei. Wir haben zumindest ein Super-Selien-Drei mal wieder gesehen. Das ist ja auch ewig her. Da ist es Ginyu. Ne, Saiyaman. Great Saiyaman. Ja, den kann man jetzt auch. Dokken Awakening durch das Event, was gerade da ist. Okay. C-18. Die übrigens richtig abgehen wird im neuen Dragon Ball Super Arc. Bin ich mir ziemlich sicher. Da haben wir SDR Boom. Den habe ich schon zwischendurch einmal gezogen. Und ein Abonnent hatte mir geschrieben, hey, verkauft den mal nicht. Den kann man gut. Dokken Awakening. Ich werde mir den mal ein bisschen genauer angucken. Und wir haben... Was geht? Okay. Jetzt nehme ich auch noch den God Lead into Wuhan. Und noch ein... Oh, komm. Warum nicht? Jetzt nehme ich auch noch Omega Shenlong SSR. Okay. So viel Glück muss man das noch haben. In einem Fünferpult. Zwei SSRs. Und zwar die richtig guten. Ich habe es jetzt nicht eindoppelt gezogen, ne? Nice, nice, nice. Und das mit Super Saiyan 2. Was auch immer. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich freue mich gerade richtig. Ich glaube, so ein gutes Seminy Video werde ich wahrscheinlich nie wieder machen. Und gerade, weil man eigentlich nichts nochmal investiert. Man hat ja die Steine schon vorher ausgegeben. Ich finde die Aktion super genial. Und ja, da haben wir mein Int-God Lead. Da haben wir schön was für das Typ-System. Omega Shenlong. Lass uns weitermachen. Wir wollen das Glück noch weiter herausfordern. Mal sehen, ob wir den ganzen Banner in einem Video bekommen. Was schon ziemlich krass wäre. Eins, zwei, drei. Drei Pod. Das Drei-Pod-Glück ist uns holt, dass nichts passiert. Wir nehmen noch einen Schluck Rockstar, wie gewohnt. Gehen eins, gehen zwei und gehen nicht drei. Okay, wir haben Piccolo schon wieder. Special Beam Cannon Piccolo. Dann haben wir Cell. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Das ist nicht der Agility, ne? Das ist der Tech für das Torm. Ich habe den Agility, die war einer meiner ersten Karten. Jetzt haben wir King Cold. Also, nein, also, nee. Nur Frost. King Cold ist der Vater vom Freezer. Auch wieder ein SR. Und C16. Rare. Und die letzte Karte. Ich ärgere mich noch nicht mehr darüber, dass es keinen SSR gab. Haben wir nochmal C19. Also, ziemlich Android-getriebenes. Äh, getriebenes Summon. So, nächsten Multisummon. Wir haben noch fünf vor uns. Das macht auch Spaß, so richtig viele Multisummons zu machen. Weil es nicht so viel kostet. Wir haben eins, zwei, zwei Pots. Puh. Und loslassen. Ich weiß gar nicht, was soll ich noch erwarten? Ich habe schon so viele gute Karten gezogen. Ich glaube nicht, dass es noch großartig mir was wünschen müsste. Supreme Kai of Time. Xenoverse-Karte. Hm. Key plus zwei, 1 HP ist 80 oder größer. Oder drunter. Hm. Ich glaube, die verhalte ich sogar mal. Weil es gibt, äh. Es gibt Gerüchte, es soll ein neuer Xenoverse-Banner irgendwann mal in die GP-Version kommen. So ein Xenoverse-Team wäre auch nicht schlecht. Und Nappa. Der gute. Nappa hat ein paar nette Artworks. Das ist eine scheiß Karte, aber ein paar richtig gute nette Artworks. Das ist... Super-Sanimal-Vegeta. Brauche ich auch nicht. Und... Geil. Okay. Jetzt habe ich Vegeto. Ich habe Gujeta. Ich habe Omega Shenlong. Ich habe Intbu. Wen habe ich noch gezogen? Ich habe noch irgendjemand gezogen, oder? Ehm... Boah. Ich gehe hier nicht raus. Ich... Das... Das bringt bestimmt Unglück. Ja, ich bin eigentlich nicht abergläubig. Aber egal. Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch. Wenn ich jetzt noch einen physischen Broly... Einen physischen... Also der einzige von den ersten, die mir fehlen, ist glaube ich... Super Saiyan Blue Kaioken Goku. Das waren glaube ich vier Pots. Und das ist schon... Nicht schlecht, was hier gerade passiert. Ach ja, genau. Der Goku, der gar nicht im Banner ist. Den habe ich ja bekommen. Okay, 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 okay. Trunks. Braucht keiner. Blitz Blade. Guldo. Das ist aber ein anderer Guldo, den ich sonst sehe. Das ist... Vegeta. Never Ending Battle. Vegeta. Paragus? Ja, und hat er... Ich glaube, die Karte habe ich noch nie gezogen. Brolys Vater. Ist das das Zeichen, dass Broly als nächstes kommt? Nein, Chichi natürlich. Wer will sie haben? Okay, war nichts. Aber ich kann mich sowas von nicht beschweren. Wollen wir noch einen zusammen machen? Wir machen noch einen zusammen. Ich will euch ein bisschen was von meinem Glück abgeben. Hoffentlich habt ihr auch so viel Glück bei den Summons wie ich gerade. Ich hoffe wirklich, dass ihr alle die Charaktere zieht, die ihr wollt. Wir haben drei Pods, was überhaupt nichts bedeutet, glaube ich. Wir ziehen zurück. Drei. Zwei. Und eins. Und los geht's. Wir gehen zu Passagen eins. Wir gehen durch bis drei. Komm. Eins. Zwei. Drei. Jawohl. Sag ich doch. Gemeinsam mit euch. Wir fangen langsam an. Das ist Super Saiyan 2 Gohan. Das ist ein SSA? Okay. Alles klar. Das wusste ich nicht. Ich hoffe, das ist zwar nicht der SSA aus dem Banner. Ich kenne die Karte nicht. Das ist eine physische Karte. Passt nicht in mein physisches Team aktuell, weil es eher ein Bösewichtsteam ist. Ist egal. Nehme ich trotzdem. Das nächste ist Supreme Kai of Time. Doppelte. Was ist überhaupt so? War doch immer. So. Wir haben SR. Wir nehmen. Das ist der Int Gohan. Das ist der Int Gohan aus dem Banner. Okay. Mein Int Team nimmt langsam auch Form an. Dann haben wir Paragus schon wieder. Dafür, dass ich ihn nie gezogen habe, ziehe ich den jetzt zweimal. Und am Ende ziehen wir nochmal einen Ralitz. Den keiner haben will. Das waren aber wieder zwei SSRs. Das war bei den anderen Super Saiyan 3 glaube ich auch. Geil, geil. Okay. Schreibt unten rein. Wenn ihr mitgemacht habt, ob ihr auch so viel Glück hattet. Und ich muss nach diesem Video sowas von ordnen, verkaufen, trainieren. Ich glaube, ich übersteige meinen Inventory-Platz schon bei irgendwie das Doppelte. Okay. Wir haben wieder drei Pods. Hatten wir gerade auch. Das bedeutet alles nicht. Wir bleiben Base-Form. Das wird ziemlich... Okay. Das ist das erste Mal, dass wir Base-Form bleiben. Und kein Crack-Screen. Das heißt, das ist tatsächlich ein schlechter Sum. Okay. SR. Max Power Muten-Roshi. Wir haben eine Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Aber das waren jetzt alles Okay, ich wollte gerade sagen, aber 4 SRs 4 SRs, 1 R, das ist okay Und wir machen den letzten Den letzten Multisummon In einem Banner, der mir so viel gibt Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Ich kann mich einfach nicht beschweren Mit 2 Pods Und wir haben gerade schon einen zusammen gemacht Wenn ihr wollt, könnt ihr aber gerne den letzten mit mir gemeinsam machen In 3, 2, 1 Und ich lasse jetzt los Und bleibe wieder Baseform Na okay, jetzt habe ich mein Glück, wie es aussieht, aufgebraucht Aber ich kann mich nicht beschweren Da haben wir Ein Tien, Rare Einen Kit Gohan, Rare Einen Mr. Satan Wahrscheinlich auch Rare Einen Piccolo Nee, Nail Sehen alle gleich aus Und noch ein Rare Das ist tatsächlich der letzte Summon Nur Rares Aber Das soll mir Durchaus Recht sein So, jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz Ich bin jetzt raus Und das heißt, ab jetzt Kann ich Nicht mehr Summon Äh, noch nicht Vielleicht möchte ich das Spiel einmal starten Also ich weiß Ich habe gelesen Dass man auch für Steine Summonen kann Single Summon Okay Äh, you don't have enough Tickets Hm Dann kann ich euch gerade echt nicht sagen Aber ich weiß, man wird in diesem Banner auch Ohne Äh Tickets summonen können Vielleicht aber erst während der Zeitraum der Ticketsum ist Das kann auch sein Das kann ich euch gerade tatsächlich nicht aus dem Kopf sagen Aber wir gucken mal kurz rein Unter Event-Info müsste das Ganze detailliert eigentlich stehen Wobei Das ist das Das ist Hidden Potential Okay, ist doch nicht unter Event-Info Naja, Return to Title Screen Habe ich jetzt keine Lust Also Wenn jemand von euch das weiß Schreibt es gerne unten rein Ansonsten Werde ich die Information In einem anderen Video Selbstverständlich nachreichen Also es wird möglich sein In diesem Banner auch Mit Steinen Ähm Zusammen Und wir gucken uns mal an Okay, was haben wir tatsächlich aus diesem Banner bekommen Wir haben 1 2 3 4 5 6 7 8 Und das war es glaube ich 8 SSRs Bekommen Man muss aber auch bedenken 8 SSRs Aus 13 Multisummins Ist mir scheißegal Es ist trotzdem nur gute Rate Und es waren auch die richtig guten Karten Fast alle aus dem Banner Und fast alle Die ich Haben wollte Das bedeutet aber Welche möchte ich jetzt machen Also beziehungsweise Wenn man dazu sammeln kann Ich werde definitiv In diesem Banner weitermachen Äh Ich gehe davon aus Dass ich so 200 250 Steine investieren würde Also Vegeto würde ich natürlich nochmal nehmen Den Gotenks brauche ich noch Definitiv für mein Tag Team Und Den Broly habe ich schon Das wäre jetzt alles nicht so schlimm Bei dem bin ich mir so Okay Wer nice to have Muss ich aber nicht Und ich glaube Es gibt tatsächlich keine andere Karte Die ich mir jetzt unbedingt wünsche Der wäre auch nice to have Würde definitiv gut in mein Team reinpassen Hätte ich einen guten Tank Aber das war's Ich habe So gut Sell ist jetzt nichts Was ich unbedingt haben möchte Ich habe so gut Wie alle Karten Die ich haben wollte Aus dem Banner Gerade mit euch zusammen gezogen Und ich freue mich einfach nur Aber natürlich freue ich mich auch Wenn ihr was richtig Geiles gezogen habt Schreibt es gerne unten rein In die Kommentare Und natürlich freue ich mich Über eure Kommentare Und Meinungen im Allgemeinen Und ihr könnt euch auch gerne Mein letztes hochgeladenes Video Die Dokkan Battle Playlist anschauen Oder mich auch abonnieren Falls ihr auf Anime Und Anime Games steht Und hier ist jetzt